hihihi 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 siehst du mich da im Spiegel oder so? oder siehst du mich dahinter stehen? hihihi 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 komm hier dran kann man hier dran schnüffeln hihihi hihihi ach ja wollen wir hier mal kurz uns hinsetzen ein wenig hihihi sehr schön hihihi hihihi wie Edmund Stoiber hihihi Edmund Stoiber hallo ich bin's mal wieder eure Socke eure Socke ist mal wieder da hallo es ist draußen am Regnen aber frag nicht nach Karl Otto also im Game und wir haben die Scheiben offen so ja mach langsam Schatz lass dir Zeit hihihi lass dich nicht hetzen wie spät haben wir eigentlich? was wir haben schon 7 Uhr? hey geil was schon? ja ja bei GTA vergeht die Zeit auch ein bisschen schnell jetzt gerade das ist super so ich denk mal so gegen ja sag mal so gegen 8 machen wir nochmal eine große Pause und gegen 8 wird dann nochmal ja so eine Essenspause und sowas alles und äh genau also noch eine Stunde für die die noch dran sind ja ich würd gern mal wissen wer alles ich schau mal eben während du da beim Friseur sitzt schau ich mal eben ganz schnell nach wer beim 24 Stunden Stream eigentlich noch alles dabei ist das interessiert mich jetzt einfach mal so schau mal mal wer alles da ist ähm Willa Cheong ist noch da Monty ist da Klangkasper ist noch da Nikitindu ist noch da ja das sind noch einige da schön dass ihr da seid wie gesagt also falls euch GTA nicht gefällt bitte schreibt das dann machen wir was anderes ja dann machen wir natürlich gleich mal was anderes dann wäre dann glaube ich dann als zweite Stimme oder beziehungsweise auf dem zweiten Platz des Votings ist Alien Isolation also das habe ich ja auch noch in petto wir werden ja sowieso noch bis 8 Uhr ja noch jede Menge Zeit haben und das ähm Come back anytime Come back anytime und da werden wir noch jede Menge Zeit haben noch wahrscheinlich noch Alien zu spielen und und Outlast wird sowieso noch kommen Alter wie siehst du denn aus? Guck dich mal an Guck mal hier Hallo ich bin eure Säckchen warte mal man kann noch auch äh genau Touchback gedrückt halten so Laune schmollend Guck mal Guck mal was für ein Gang guck mal was für ein Gang ich drauf habe guck mal Haltetai 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 Warte mal Moment äh ne Quatsch das wollte ich doch gar nicht nein wie geil ist das denn wenn du in die Ego Perspektive gehst mit der Mütze hast du so einen kleinen Rand um den Bildschirm rum das sieht so ein bisschen ob du die Mütze wirklich auf hast süß Huch ich hatte ein bisschen Lust rumzustechen ja komm mal hier so und so und so und ja und so und so komm wir gehen mal ne Runde hier spazieren über den Fußweg hier lalalalalala ach scheiße ich hab schon wieder Bullen am Hintern ma das ist aber auch ein bisschen nervig oder ah es kann aber auch echt nervig ich werd mal eben Läster anrufen Moment ja ne ich geh ein bisschen spazieren lalalalalala eh wenn es nicht mein schrecklich silente Freund wie kann ich helfen so ok mein Freund ich werde mich auf die LSPD lass es mir ne ich geh auch spazieren mit dem Auto der Verrückte und der Bekloppte sind unterwegs ich stell mich mal hier unter da werd ich wenigstens nicht nass so der Verrückte der dreht seine Runden nach hinten und der Bekloppte geht einfach mal hier über den Bürgersteig und und äh ja schaut sich mal um aber es ist auch keine Sau bei dem Pisswetter draußen außer wir ne äh wir müssen hier rumgammeln keiner der hier läuft das ist aber echt verwunderlich gerade jawoll ah hier läuft einer hey alles klar wie geht's denn so oh so steh ich hab gesagt ich hab ein bisschen Lust rum zu stechen und die 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 so und ist ja was her her warte mal ne warte mal es geht es geht besser hier 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 nimm ich mit nimm ich mit nimm ich mit lass mich dein Freund sein lass mich dein Freund sein du fährst nicht gut du fährst nicht gut du musst sterben du fährst nicht gut du musst sterben der eine war so ein bisschen angeknackst und der andere war eigentlich so ja was heißt normal er war zwar auch so ein bisschen gestoßt ach genau Cain & Lynch das hab ich gerne gespielt Cain & Lynch das war auch cool hey da ist ne Kiste in der Nähe siehst du den grünen Kreis du musst jetzt rechts fahren ja fahren wir rechts wo ist die Kiste da siehst du das auf der Karte geradeaus den Kreis siehst du nicht geradeaus ok weiter geradeaus weiter 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 bis zum Friseur da hinten ist das ja fahr weiter geradeaus sind gleich da so jetzt hier ist die Kiste irgendwo hier in dem Gebiet also umsteigen ja ich weiß ist mir auch egal ich suche die Kiste jetzt oder ne warte mal fällt die Kiste nicht erst wie war das denn nochmal Tell me I lost this asshole Mann ist das ein Pisswetter das gibt's doch gar nicht ich versteck mich hier la 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 eine Kiste wurde eine Kiste wurde abgeworfen aber wohin ach hier bei mir weiß ich nicht ich hab noch nie eine Kiste mitgenommen hier hier bei mir ist die Kiste hier ist die Kiste geil jawohl hier ist die Kiste geil jawohl ja 500 RP war da drin und 2000 Kohle was scheiße das heißt ich muss ganz schnell das Geld einzahlen weil sonst ist das Geld gleich weg äh Finanzen Bank Hauptmenü Einzahlung alles ja einzahlen möchte ich so Gott sei Dank haben wir das Geld schon mal safe scheiße die Bullen scheiße die Pisswollen äh die hab mich gesehen die hab mich gesehen mich grad immer in der Stocken habe ich hab ne rote Socke auf das ist keine Wollmütze das ist ne Socke willst du was willst du was von mir ich hab ne Socke auf komm her wolltest du mich wolltest du mich grade hauen wolltest du mich grade hauen wir sind Kumpels da müsste sich so in unserem Haus verschanzen können und Geisel nehmen das wäre auch noch gar nicht mal so schlecht wie das Spiel würde das ganze noch mal vielleicht ein bisschen Dynamik geben komm her komm her ja ich ersauf dich im Pool komm her geh weg wuhu uah scheiße fuck oh ich nehm den Bus ich nehm den ich kaper den Bus jetzt boah ich hab ihn voll ins Gesicht getreten ich hab ihn voll ins Gesicht voll ins steig ein ich hab ihn ich hab ihn ich hab ihn voll ins Gesicht getreten Alter wie wie so ein Assi ja ich versuch hinterher zu kommen Moment Alter wie so ein Assi wie so ein Assi erstmal den Busfahrer ins Gesicht getreten so steig ich demnächst auch mal ein wenn ich irgendwo Bus fahre erstmal ein freundliches Gesicht treten ist angesagt und dann erstmal ich brauch ne Fahrkarte so ich muss noch den Bus hinterher jagen Moment wieder abhaut der Bus da hinten aber den kriegen wir noch den kriegen wir den kriegen wir den kriegen wir den Bus da ist er schon ich versuch ihn auszubremsen Moment Uah Scheiße Uah sollte es jetzt Uah Moment 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 ich glaub das wird mit dem Bus nix ich glaub wir können den so nicht anhalten weil der glaub ich immer Gas gibt wegen den Bullen Weiß worum mich das ein bisschen erinnert jetzt gerade hier so die Szene? An Speed mit dem Bus wir dürften den Bus nicht langsamer werden lassen Hallo der Bus explodiert sonst Scheiße fuck die halten uns jetzt aber echt gut auf äh ich glaube das ich glaub das hat sich machts gut ihr Trottel Scheiße wir haben keine Reifen vorne mehr fuck hat der grad ein Idiot zu mir gesagt? Idiot! sitzt du noch im Bus ja, ne? Du 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 du. So Uah was wollt der denn gerade? Wollt der ein Wettrennen machen mit mir? uah Scheiße fuck jetzt wollte ich ganz schlau sein und die Autobahn verlassen da gerade rechts aber es ging nicht wir müssen unbedingt ins Kino gehen R Kaxsucker hat er mich jetzt Kaxsucker genannt Kaxsucker läuft bei dir Yo hi willkommen zu Let's Play Live Show und ja immer noch zum 24 Stunden Stream wir sind auf GTA gewechselt wir haben Resident Evil durch so, wir wechseln jetzt erstmal das Auto das ist viel viel wichtiger steig aus hast schon ein Auto? oh oh da hinten den Orangenen fertig scheißegal guck mal ist sogar die Tür offen, guck an wie praktisch achso er möchte das Fahrzeug haben der Simon möchte das Fahrzeug haben Simon sagt Simon befiehlt dieser äh Simon hier, der dieses Auto aus hat da muss er das hinbringen zu dem auf der Karte taucht dann meistens immer ich glaub so ein Punkt war das oder so naja ist glaub ich sogar ganz hier ist es links hier wäre das glaub ich zumindest boah da ist den grad voll umgefahren genau scheiß was auf ihn ja ich stech die alle gleich ab da das was 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 du sollst hier wegfahren schleunigst weil sonst machts bumm hohohohohohoho Hohohohohohohohohohoho эп Ups So Achso, das Auto muss nach ganz unten zum Hafen Ach ja, stimmt ja, richtig, du hast vollkommen recht Ja, natürlich, stimmt Nicht zum Autohaus, zum Hafen Wie komme ich denn zum Autohaus? Äh, wo fährst du hin? Achso Ah, alles klar Uhuhuhuhuhu Lalalalalalalalalala Oha, ich werde so sterben, ich werde Ahahahahaha Oh, das ist aber, das ist aber knapp Das ist aber echt knapp Um die Überwachungskamera zu benutzen? Okay Kann ich damit auch irgendwas tun? Mhm Im Autohaus sind die Missionen Stimmt, ja, 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 richtig, genau Das war ja im Singleplayer Was machst du da? Uah Ich habe mich ein bisschen angst Scheiße, ich hätte mich mal woanders hinsetzen müssen Ich muss mal den Heli da abschießen Ach, ich kann soweit gar nicht Okay Ach, nach hinten kann ich gar nicht schießen Na gut, das ist, äh, ja Ja, mhm So Wie Ich hätte mich vielleicht, ähm An dem Heli hinten positionieren sollen Weil da hätte ich besser schießen können So Okay Ja Ja Hier sind die Ölpumpen. Wunderbar. Ja, bei mir auch. Boah, was in der geile Aussicht. Schick. Richtig geil. Eine Idee ist immer gut, lass hören. Wow, was ein Ausblick. Das ist echt der Hammer. Was machst du da? Was? Uh. Äh. Das war ja echt eine Punktlandung. Wuh. Der Heli, der fällt mir noch auf die Birne. Ich seh das schon kommen. Ja, natürlich. Das war so klar. So. Und jetzt? Und jetzt? Äh. Ich glaub, wenn du den nicht mehr aufnehmen kannst, dann hast du den, glaub ich schon. Also, glaub ich. In welche Richtung sollen wir denn runterspringen? In die da? Äh. Ich glaub, Moment. Im Inventar. Ja, im Inventar, unten rechts. Genau. Der. Genau. Einmal mit dem Heli über L.A. Genau. Ähm. Inventar. Fallschirm. Fallschirm ein. Rauchspur. Äh. Pisswasser trinken. Hab ich noch? Hab ich auch noch Pisswasser? Irgendwie dabei? Warte mal. Äh. Snacks. Oh ja. Und dann runterspringen. Aber ich hab kein Pisswasser. Ich hab vergessen, Pisswasser zu kaufen. Scheiße. Fuck. Ne, ich glaube nicht. Scheiße. Ich hab vergessen, Pisswasser zu kaufen. Fuck. Scheiß war drauf. Mann, sie tut, als du da runterspringst. Mann. Spring! Spring! Wow! Wow! Oh! Äh. Huh. Dü, 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 dü. Sauf, nicht so viel springen da runter. Oh, aua Ach du Scheiße, wo bin ich denn? Zock seit einer Stunde erst Ne, ich habe schon Seit 8 Uhr gestern Abend Habe ich angefangen Und da habe ich mit Resident Evil angefangen zu spielen Und Resident Evil haben wir so circa 10 Stunden gebraucht Und dann habe ich Seit einer Stunde geswitcht auf GTA Jetzt online Und ja, es geht bis 8 Uhr Also jetzt nicht GTA, aber wir werden nachher Noch mal was anderes spielen, aber jetzt spielen wir Gerade erst mal GTA und dann schauen wir mal So, wie komme ich jetzt hier runter? Ich habe gar kein Fallschirm mehr, ne? Kann ich Mit X Weiß ich nicht Ich kann hier nicht runter Weil ich habe ein ganz anderes Problem Der Fallschirm liegt vor mir Der geöffnete und Ja, siehst du mich? Wo bist du denn? Ja, dann hole mich mal ab Das ist super Das ist eine gute Idee Das, äh So Bisschen fail grad bei dir Jo Ja, wo bin ich? Hallo Ich bin hier oben Ich bin hier Warte, ich spring mal Warte, ich versuche mal eben Moment, Moment, klar, Moment Ich komme Ich komme Ich komme Ich, äh So Hab auch grad wieder GTA reingeworfen Ja, supi So Hey, komm wir spielen Guck mal hier Komm wir spielen jetzt nicht auflegen Wo ist der Scharfschütze? Kennst du den Film nicht? Nicht auflegen? Ich darf Oh, okay Das hat sich Das hat sich so eben erledigt Hier in der Telefonselle Warte mal Ich stelle mich mal auf die Telefonselle Fahr mich mal damit um Warte Was war das? Boah Boah Was war das? Guck dir das bitte im Stream an Wie der mich umgefahren hat Was war das? Huch, ne Kann man da drauf nicht stehen bleiben? So Äh Ja Nein Ich wollte mal eben Warte mal Stell dich mal oben drauf Oder so Oder steig du ein Ist ja jetzt egal Wir sind bekloppen Wir probieren alles aus So Du holst Anlauf Ich stelle mich da unten drauf Warte Kommst du? Okay Ich stehe oben Hier Sticky Aua Was? Warum? Ich bin doch noch runtergefallen Okay Halt die Schnauze So Wow Ich versuche mal über dein Auto drüber zu springen Während der Fahrt Du kommst von da hinten angefangen Mit Vollgas Ja Warte Sag mal wenn du losfährst Hör auf zu hupen Fährst du los? Okay Ich komme Ja Oh Oh boah Oh 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 Ist gleich nochmal Das ist Wo ist er denn? Da hinten steht er Lass das auch mal ausprobieren Komm ich Äh Versuch mal Du stellst dich mal auf die Straße Boah Was Was soll denn das? Aua Ist ja dumm Sag mal Wir gehen die alle mit mir um So Jetzt lass mich mal fahren Und dann stellst du dich mal auf die Straße Und ich fahr dich mal Also du springst über das Auto So Äh Geht das nicht? Ne Bei dem geht das Bei dem geht das glaube ich nicht Ne So Äh Wo stehst du? Ich seh dich gar nicht Wo stehst du denn? Moment Ich muss mal eben kurz hier den Ach da Okay Ja muss ich Anlauf holen Wo stellst du dich? Meine Güte Äh Stell dich mal Ja ich muss erst Anlauf holen Moment So Du bist jetzt Da bist du Ich seh dich Ich seh dich Boah Du bist mal zu spät Das müssen wir nochmal machen Das müssen wir nochmal Ähm Oh ich hab dein Kopfgeld gekriegt Juhu So erstmal direkt einzahlen So Was einer an Baustellen Lkw Stellt sich hinten drauf Und dann ab In die Stadt So ähm Ich komme Wo du stehst Achso da hinten stehst du Oder? Nee Moment Doch Ja Moment Ich muss erst Anlauf nehmen Uah Nee Ich muss mal Anlauf Stell dich mal hier so Auf den Mittelstreifen bitte Und lauf mal dem Mittelstreifen Mir entgegen gleich Ja Ich nehme mal Anlauf Den gelben Mittelstreifen Ja ja Ich hole mal Anlauf Dann müsste das eigentlich klappen Also losrennen und dann anfangen zu springen Los Dumm Okay Das Auto steht hier Komm mal hier Kannst du das Auto nehmen Ich probier das nochmal aus Ey das ist ja geil Was ist das denn hier Hier das Auto könnte dir gefallen Oh Christ Guck mal hier Wo bist du denn? Ach da Guck mal hier Oh Entschuldigung Ich wollte eigentlich den da unten treten Aber äh Nein Oh Mann Sag mal Ey sag mal Gibt's doch nicht Komm Wir probieren das nochmal mit dem Fahrraden Mit dem Springen und dem Fahrraden aus Ja Halt Halt Das ist wie das aussah das Das ist so geil.